Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Es gibt in diesem Spiel ja sieben verschiedene Handwerkstische und drei gibt es inzwischen in einem besonderen Design. Da hätten wir einmal die druidische Feuerstelle, hier haben wir einen wunderschönen Verzauberungstisch und noch viel schöner diese Schreinerbank. Und die Schreinerbank und auch den Verzauberungstisch, den verlinke ich euch unten im Text, denn heute geht es noch einmal um eine Spur für die druidische Feuerstelle, die ich euch zeigen möchte. Dazu müssen wir nach Hochinsel oder auf die Hochinsel und zwar nehmen wir dafür den Wegschrein von Garixruh. Da reisen wir einmal hin. Ich mache das jetzt gerade auf die schnelle Tour, da muss ich halt ein bisschen Gold zahlen, aber geht ein bisschen schneller, als wenn wir dann zum nächsten Wegschrein reisen müssen. Von Garixruh müssen wir jetzt hier Richtung dieser Bucht quasi reiten. Das heißt, wir folgen jetzt einfach mal diesen Weg. So, und wenn wir die Treppen hier runter sind, dann können wir uns einfach mal hier Richtung des Wassers orientieren. Hier geht ja auch den Weg nach unten. Das macht es ein bisschen einfacher. So, da sind wir angekommen. Und diese ganzen Spuren, die wir immer wieder im Spiel haben, die zu irgendeiner Sammlung gehören, die schimmern. Das heißt, wir müssen uns jetzt ein bisschen hier umgucken, wo etwas ist, was schimmert. Ich muss mal kurz auf die Karte schauen, damit ich noch die Richtung weiß, wo ich hin muss. Jawohl, wir müssen in diese Richtung. Das heißt also hier links herum. Wenn hier Muscheln sind, dann nehmen wir die auf alle Fälle mal rasch mit. Das schadet nicht. So, und hier sind wir angekommen. Hier sehen wir es unten bitzeln. Wenn ihr diese Spur jetzt noch nicht habt, dann habt ihr da auch wirklich was zum Aufheben. Ich habe es nicht mehr, weil ich ja die druidische Feuerstelle schon habe. Und nachdem wir sie einmal gesammelt haben, kommen diese Spuren auch nicht wieder. Dann können wir uns diese druidische Feuerstelle beim Errungenschaftshändler dann selber kaufen. Wo genau ist jetzt diese Stelle? Also vom Wegschrein Garixruh hier diesen Weg lang bis ungefähr hier zu dieser Kurve. Dann bewegen wir uns hier runter, gehen einmal links herum und hier an dieser Ecke findet ihr die Spur. Als Orientierung dieser große Stein, der ist ja eigentlich nicht zu übersehen und das ist der größte hier in der Ecke. Und hier unten finden wir dann die Spur. Das war's zu dieser Spur. Die anderen verlinke ich natürlich auch unten im Text. Genau wie von den zwei anderen schönen Werkbänken. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat, dann freue ich mich immer über ein Like und ein Follow und sagt damit Tschüss, eure Kastanie. Bis zum nächsten Video.